Sie weinen jeden Tag. Mein Mann war ja ein guter Mensch. Hilfsbereit für alle Menschen. Meine Tochter hat diesen Tag Prüfung gehabt. Sie hat mich angerufen. Sie sagte, Mama, ich habe das geschafft. Irgendwann in zehn Minuten rief sie mich an. Mama, ich habe irgendwas im Radio gehört. Hast du was vom Papa gehört? Und dann habe ich SMS, also WhatsApp geschrieben. Orhan, ich habe auch irgendwas gehört. Warum meldest du dich nicht? Und dann habe ich dann nochmal WhatsApp geschrieben. Habe ich gesagt, Orhan, ist alles okay? Warum meldest du denn dich nicht? Keine Antwort, gar nicht. Und dann natürlich ging nichts. Wir waren hin und hier zu Hause. So ganz schlechtes Gewissen haben wir, also Gefühl gehabt. Irgendwas ist gewesen, passiert. Und dann, ich habe dann kurz vor meinem Küchenfernster rausgeguckt. Da habe ich ja meinen Polizeiwagen gesehen. Also langsam, dass da unsere Straße rief. Und dann nachher, also da wusste ich genau, was da passiert ist. Dann natürlich, ich renne schnell raus. Da habe ich meine Tochter schreien gesehen, gehört. Dann haben wir vom Polizei erfahren. Dann kamen die Freunde, die haben überall eingeparkt und so. Die warten, bis die Polizei uns kam. Und dann haben die uns dann Polizei erzählt. Die wollten ja Patienten abholen. Kurz, 20 vor neun hat er mich angerufen. Aber ich wusste nicht, das kann auch, die fahren ja. Die haben einen Patienten geholt und dann hat er mich angerufen. Nochmal hat er gesagt, die fahren nachher zu einem Patienten zu holen. Und dann sind alle drei zu hoch gegangen. Und dann hat die Betreuer Schlüsse gehabt und dann sind sie reingegangen. Und dann hat der Täter sich vorbereitet, ja. Das ist nicht immer ohne gewesen. Also es gab natürlich auch Situationen, die total harmlos waren. Aber es gab auch Situationen, wo dann auch zum Beispiel mal die Polizei mit musste. Und auch sogar Hunde mit mussten, um einfach den Täter oder den psychisch Kranken halt ein bisschen zu beängstigen. Damit der halt kein, nicht so durchdreht. Es ist auch schon vorgekommen, dass mein Vater mit einem blauen Auge nach Hause kam. Mit angeprellten Löchbeinen und angeprellten Rippen. Also so ganz ohne ist das nicht. Und in dem Fall ist es dem Betreuer eigentlich meistens überlassen, ob er die Polizei mit einschaltet oder nicht. In dem Sinne, dass wenn der Betreuer zum Beispiel sagt, okay, mein Patient ist hoch aggressiv. Man weiß nicht, was euch erwarten könnte. Denn wissen die Kollegen von meinem Vater oder überhaupt so das Zuführdienst Bescheid, dass dann okay, die sagen dann, okay, da muss jetzt die Polizei mit, weil sonst ist es zu gefährlich für uns. Aber in dem Fall ist es nicht so passiert. Wenn der Betreuer sagt, okay, mein Patient ist gefährlich, da besteht Gefahr, dann ist zu 100 Prozent immer die Polizei mitgekommen. Wenn diese Information da war. Ja. Es ist so, dass die Gutachter zum Beispiel ihre Sache so erledigen, dass sie das schnell vom Tisch haben möchten. Und in dem Fall wird dann nicht gesehen, wie dieser Patient überhaupt drauf ist. Also weil der kennt ihn ja gar nicht. Schnell, schnell und dann werden falsche Entscheidungen getroffen. Es werden wichtige Informationen nicht weitergegeben. Und dann kommt es zu so einem tragischen Vorfall. Da war ja ein Messer. Letztes Jahr war ein Gutachter da. Der Vater hat ja gesagt, ich habe Angst, nachts schließe ich mein Schlafzimmer. Bei mir fehlt ja 60 Zentimeter Messer. Der Gutachter hat das aufgenommen und hat das weitergegeben für Gericht, Beschluss. Der Beschluss hat das nicht weitergegeben für Gesundheitsamt nicht. Wenn das das wäre, hätte mein Mann am Leben jetzt. Wäre er am Leben. Wäre er am Leben. Wäre er am Leben. wenn das nicht so schlimm ist. Die schicken das Termin nicht raus. Wenn die solche Patienten abgeholt werden müssen, ohne Termin, dann gehen die da mit Polizei da hin. Und die haben Schutzwässer bekommen. Mein Vater würde noch leben, wenn dieser Patient keine Vorinformation kriegen würde, dass er zwangseingewiesen wird. Also von meinem Gefühl sogar zu 100 Prozent wäre mein Vater heute noch hier. Dann auch noch, wenn jeder Einzelne, der davor mit diesem Patient gearbeitet hat, seine Arbeit richtig gemacht hätte. Die Kammer hat den Angeklagten heute zu einer elfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wegen Mordes und versuchten Mordes zum Nachteil von zwei Personen. Außerdem hat die Kammer die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, denn man muss davon ausgehen, dass der Angeklagte schwer psychisch erkrankt ist und infolge dieses psychischen Zustands auch in seiner Schuldfähigkeit erheblich vermindert war. So dass er in seiner Verhaltenssteuerung eingeschränkt war, wobei diese Einschränkung nicht so gravierend war, dass er sein Verhalten gar nicht mehr steuern konnte. Der Vorsitzende hat in der Urteilsbegründung deutlich gemacht, dass es wünschenswert gewesen wäre, wenn der Zuführbedienst insgesamt vollständigen Einblick in die Betreuungsakte gehabt hätte, aus der zwar keine aggressiven Übergriffe auf Dritte hervorgegangen ist, allerdings sich darin Hinweise gefunden haben, dass der Angeklagte zum Beispiel ein Brotmesser in seinem Zimmer deponiert hatte, mit dem Ziel, eine etwaige Einweisung in die Psychiatrie zu verhindern. Es ist auf jeden Fall nicht ausreichend und keine Genugtuung. Also ich hoffe nur, dass der Angeklagte durch dieses Urteil die bewusste Verantwortung über das Geschehen bekommt. Das ist nicht Gerechtigkeit für uns. Das erleichtert unser Leben gar nicht. Wir rennen seit acht Monaten hin und hier. Und der Mörder hat meinen Geliebten weggenommen. Und er kommt nicht wieder zurück. Und er saß da. Und er hat kein Mitleid für uns. Ich habe auch kein Mitleid für ihn nicht. Hier hat sich das Gericht allerdings die Mühe gemacht, tatsächlich auf die strukturellen Probleme hinzuweisen, die zu der Tat schlussendlich führen konnten. Nämlich, dass in der Behörde starke Defizite im Bereich der Zuführung bestehen. Dass die Tat im Grunde genommen nur geschehen konnte, weil nicht ausreichend innerhalb der Behörde kommuniziert wird. Man hat wenig Einsicht in Akten, insbesondere in Betreuungsakten, und die Zuführer auch nur schlecht ausgerüstet sind. Und das ist etwas natürlich, was meine Mandantinnen auch im Rahmen des Nebenklageverfahrens herausstellen wollten. Dass diese strukturellen Defizite in der Behörde bestehen und dass schlussendlich dadurch diese Tat auch gefördert werden konnte. Das ist das einzig Positive, was wir dem Urteil vom heutigen Tage entnehmen können. Das Strafmaß hätte sicherlich auch noch höher ausfallen können. Aber das Gericht hat es entsprechend gewertet. Das ist nun mal jetzt erstmal so zu akzeptieren. Das ist nun mal jetzt.